Reden wir doch heute mal über eine Serie, die es seit gut einer Woche auf Netflix anzuschauen gibt, mit Jason Bateman als Hauptdarsteller, der auch teilweise Regie führt. Und ich finde, die erste Staffel hat das absolut in sich und damit geht es hier jetzt um Ozark. Marty Byrd ist Finanzberater und lebt zusammen mit seiner Frau Wendy und seinen beiden Kindern in Chicago. Aber was nach außen hin normal wirkt, ist Trug. Denn Marty wäscht seit Jahren Millionen von Dollar für die mexikanische Mafia. Als aber eines Tages sein Partner ermordet wird und er selbst auf der Abschussliste steht, bietet er einen schier unmöglichen Deal an. Er will in die entlegenen Ozarks ziehen, um dort ein Geldwäsche-Imperium aufzubauen und seine Haut retten, indem er innerhalb von nur fünf Jahren 500 Millionen Dollar wäscht. Mom, was läuft hier eigentlich? Euer Vater wäscht Geld fürs mexikanische Drogenkartell. Geld? Wo sind meine fünf Millionen Dollar? Jemand muss sterben. Ganz ruhig. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir beide wissen, dass sie tot besser dran wären? Marty! Wir werden deine Familie umbringen. Ich habe die Schnauze sowas von voll. Gott, Marty, er kennt die Namen der Kinder. Ihre letzte Chance aufs Zeugenschutzprogramm. Und ob wir das tun? Willst du mich schon wieder betrügen? Wie lange planst du das schon? Du hast versucht, mich auszuschließen. Die erste Staffel von Ozark hat 10 Folgen, die zwischen 52 und 80 Minuten lang sind. Eine Altersfreigabe ist wie so oft bei Netflix-Produktion nicht bekannt. Ich tendiere aber zu einem FSK 16 und ist seit dem 21. Juli auf Netflix anschaubar. Und ist ihm die Geschichte von diesem Mann, Marty Byrd, der auf der einen Seite ein liebender Familienvater ist und gleichzeitig aber in Unterweltgeschäfte hineingewoben ist und damit das Problem bekommt, auf einer Abschussliste zu stehen. Irgendwo in ein lebendes Gebiet zu ziehen, in einer Seegruppe namens Ozark, um dort ein Geldwäsche-Imperium aufzubauen, ist der Grundgedanke, um ihm irgendwie das Leben zu retten. Und damit befinden wir uns in einer Serie, die sich irgendwo zwischen Gangster-Mafia-Krimi-Serie wiederfindet, mit einem grundkühlen Look und einem Jason Bateman, den wir normalerweise ja aus Komödien zu größten Teilen kennen, aber hier auf einem sehr ernsten Pfad wandelt, die mir großartig gefallen hat. Kurzum bei Ozark war ich erst ein bisschen skeptisch bei der Wahl des Hauptdarstellers. Am Ende muss ich sagen, nach der ersten Staffel, ich will mehr sehen und tendiere grob dazu, Leuten, die zum Beispiel Sons of Anarchy, aber vor allem Sopranos oder vielleicht Breaking Bad mochten, hier mal reinzuschauen, wenn man eben dieses gewisse Gangster-Feeling bekommt von einer Serie, die durchaus ernst zu nehmen ist, interessante Dialoge hat und ein gutes Ensemble seiner Gesamtleistung darstellt. Dazu aber beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast, weil Jason Bateman als Hauptdarsteller führt ebenfalls in vier der zehn Episoden Regie. Oft kennen wir ihn aus Komödien, die auch nicht immer unbedingt gelungen sind, wie ich finde und deswegen ein Schauspieler, wo ich dachte, okay, ein, zwei Fragezeichen in ihn als Hauptdarsteller Marty Byrd zu nehmen, weil er muss auf der einen Seite den liebenden Familienvater verkörpern, derjenige, der alles tun würde, um seine Familie zu retten und zu beschützen. Das glaube ich ihm in Ozark die kompletten zehn Folgen über und auf der anderen Seite ist er eben dieser findige Geschäftsmann, der es schaffen kann, nicht nur tausend, zehntausend oder hunderttausend, sondern ganze Millionen von Dollar zu waschen, ohne dabei selber gewalttätig zu sein. Er ist eigentlich so eher dieser Typ Gangster, der eigentlich im Büro sitzt und genau das nimmt man ihm auch ab. Und wenn es dann darum geht, in sehr schwierigen Konstellationen irgendwelche zwistigen und verstrickten Ideen zu haben, um irgendwie so viel Geld wie möglich zu waschen und aus Drogengeld nachversteuertes, ordentliches Geld zu machen, dann ist man fast schon überrascht darüber, wie er in verschiedensten Situationen hier wieder auftritt, um ganz klar bösen Menschen gegenüber zu treten und ihm zu sagen, pass auf, das ist mein Plan und so müssen wir es durchziehen, sodass er zwischendurch eine Stärke bekommt, die immer wieder unerwartet auftaucht. Und das alles schafft Jason Bateman zu verkörpern und ich muss sagen, für mich persönlich hat er in meinem Ansehen oder dem Ansehen als Schauspieler nochmal einen ganzen Schub nach oben bekommen, weil ich noch separat weiß, dass er eben Regie geführt hat, in vier wirklich sehr wichtigen der zehn Episoden, weil es nämlich Folge 1, 2 und 9 und 10 sind und Anfang und Ende einer Serie haben ja oft noch eine besondere Gewichtung. Kurzum, Jason Bateman hat mir sehr gut gefallen als Hauptdarsteller, auch wenn ich das durchaus gewagt fand, ihn hier in einer so doch ernsten Serie vorneweg als Hauptdarsteller anzulegen. An seiner Seite haben wir Laura Linley als Wendy Bird, einer der bekanntesten Schauspielerinnen überhaupt, seit Jahrzehnten dabei, auch bei großen Kinoproduktionen und normalerweise hat sie so einen etwas Liebentouch, den verständnisvollen Part, aber hier ist sie so ein bisschen gerissen und auch durchaus vielschichtiger angelegt, als man es normalerweise von den Rollen gewohnt ist, was ich sehr, sehr gut finde, weil sie eine tolle Schauspielerin ist und durchaus auch durchaus einige böse Facetten hat, die man gar nicht kommen sieht, besonders am Anfang der Serie und an der Seite von Jason Bateman sind die ein interessantes Gespann. Und ein Ehepaar, das durchaus ihre Probleme hat, aber da will ich nichts vorwegnehmen, innerhalb dieser Staffel kann das jeder selber durchleben, der sich eben diese Serie anschauen möchte. Ansonsten haben wir ringsrum einen Haufen Figuren, seien es die Kinder der Familie Bird, seien es irgendwelche Gangsterbosse, seien es irgendwelche Institutionen wie FBI und Co. Oder auch in diesen Ozarks, in dieser entlegenen Seengegend, in denen die Familie eben zieht, was es dort für einen Einwohner gibt und für Strukturen, sodass wir ganz viel gefühlt 20, 30, 40 weitere Figuren präsentiert bekommen, die sich aber alle gut einpflegen in die Gesamtatmosphäre, weil die Serie insgesamt relativ spannend und sehr atmosphärisch kühl gehalten ist, was mir persönlich sehr zusagt. Das sieht man in der Kameraarbeit, die eben trist ist, kalt gehalten ist, damit eine gute Stimmung reinbringt und trotzdem relativ wertig ist. Viele Szenen werden mit vier Kameraeinstellungen aufgelöst und auch wenn es mal ein bisschen brutaler zugeht, hält die Kamera auch schon mal gerne drauf, will ich aber auch nicht so viel verraten an dieser Stelle. Das Szenenbild wechselt eben von Chicago hin zu dieser Gegend in diesen Ozarks und ich mag eben diese ländliche, große Seenfläche. Normalerweise müssen solche Setups für Rom-Coms erhalten, sie aber hier in so eine Mafia-Struktur zu packen, erinnert fast so ein bisschen an Sopranos, die Serie, die ja damals auch eben im Gangstermilieu spielte und damals New Jersey gegen New York erzählt und auch so einen leicht kleinstädtischen Touch hatte. Und genau dieses Gefühl wurde bei mir wieder wachgerufen, was ich sehr gut fand. Die Musik ist spannungsfüllend, nie zu anstrengend, nie zu viel. Die Figuren sind, was das Kostüm und Make-up angeht, angepasst worden. Das heißt, wenn wir so ein bisschen Charaktere haben, die ein bisschen weltlicher daherkommen, kommen die eben einfacher am Holzfallerhemd und Co. daher. FBI-Agenten immer in den Uniformen oder dem, was sie halt tragen müssen. Alles den Figuren eben angepasst und wer ein bisschen mehr Geld hat, kommt ein bisschen gediegener daher. Das ist soweit passend und optisch stimmig und die wenigen Effekte, die es gibt innerhalb von Ozark, sehen wirklich gut aus und teilweise auch richtig brutal aus an der Stelle, wo ich dann kurzzeitig auch sehr überrascht war, muss ich am Ende sagen, diese Serie hat mich in ihrer ersten Staffel sehr überrascht, weil es mir nach langer Zeit wieder so ein schönes Feeling gebracht hat, wie eben eins Breaking Bad oder Sopranas oder Sons of Anarchy. Ich finde die überraschende Besetzung durchaus überzeugend. Eine gute Atmosphäre, die sich durch die ganze Serie zieht und die auch nicht abbricht und damit die Serie selbst in sich auch nie irgendwo zu sehr langweilig wird für meinen Gesichtspunkt. Ich will davon am Ende mehr sehen und diese Grundstory von aus Versehen Gangster zu sein und dabei immer noch in abstrusere und größere Schlamasse hineingezogen zu werden, hat eben so ein bisschen was eben von der Breaking Bad Grundstory und das persönlich finde ich einfach cool und feiere ich. Aber dass wir alles eben in so einem dunklen Setup haben, gefällt mir. Das Einzige, wo ich sagen würde, okay, hier hätte die Serie noch ein bisschen Nachholbedarf, man hätte ein bisschen schneller voranschreiten können. Manchmal lässt sie sich sehr viel Zeit, wird zwischendurch vielleicht ein bisschen zäh, aber das ist, sagen wir mal, Meckern auf hohem Niveau, denn so bekommt von mir Ozark die erste Staffel 8,5 von 10 möglichen Punkten. Ich hatte richtig Freude und will jetzt verdammt nochmal eine zweite Staffel anschauen. Und ich kann mir vorstellen, weil Netflix ja gefühlt jede Woche eine neue Serie rausbringt, dass vielleicht einige von euch noch gar nicht davon gehört haben. Schaut gerne mal rein. Ich finde persönlich, es lohnt sich sehr und gerade bei diesem enormen vielen Starts an neuen Serien auf Netflix und Co. ist es manchmal schwer, auch überhaupt noch mitzukommen, was gerade frisch auf dem Markt ist. Ozark für mich definitiv eine Entdeckung und Empfehlung an dieser Stelle. Und dann bin ich auch am Ende meiner Review und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschau. Eines Aufmerksamkeit